Herzlich Willkommen zu Wirtschaft Aktuell, Ihr TV-Magazin rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistung in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Das sind heute unsere Themen. Gute Aussichten für die mittelfränkische Wirtschaft, der aktuelle Konjunktur-Klima-Index der IHK. Und wir blicken voraus auf die lange Nacht der Wissenschaften am kommenden Wochenende. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute sagen aktuell ein Konjunkturplus von 1,9 Prozent voraus. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft, er hat an Stärke und an Breite gewonnen, so der Tenor der Gemeinschaftsprognose. Auch die hervorragende Lage in der Region spiegelt dieses Gesamtbild wieder. Die mittelfränkische Wirtschaft ist in blendender Verfassung. Der aktuelle Konjunktur-Klima-Index der IHK erreicht Bestwerte. Dabei kommen positive Impulse sowohl aus dem Inland- als auch aus dem Auslandsgeschäft. Und auch in den nächsten Monaten soll es weiter bergauf gehen. 70 Prozent der Betriebe erwarten konstant gute Geschäfte. Rund ein Viertel rechnet sogar mit einer Verbesserung. Zu den Aussichten und den Herausforderungen IHK-Präsident Dirk von Fopelius. Das IHK-Konjunktur-Klima weist ja schon seit geraumer Zeit Spitzenwerte auf. Und allen Analyse zufolge wird es auch noch eine Zeit lang so bleiben. Das ist schön. Aber es stellt unsere Unternehmen auch vor Herausforderungen. Stichwort eins, Digitalisierung. Das heißt, obwohl es wirklich gut läuft, müssen wir permanent unsere Prozesse hinterfragen, zum Teil auch unsere Geschäftsmodelle. Und Stichwort zwei, Fachkräfte. Unsere Belegschaften arbeiten zum Teil wirklich an der Anschlagsgrenze und dennoch müssen wir Zeit und Geld in Weiterbildung investieren. Das müssen wir bei all den guten Ergebnissen immer berücksichtigen. Allen Herausforderungen zum Trotz handelt es sich beim aktuellen Konjunktur-Klimaindex um die beste Lagebeurteilung seit zehn Jahren. Wie sich die Branchen im Einzelnen entwickelt haben, erläutert Dr. Maike Müller-Klier. Wir haben in diesem Herbst von allen Branchen sehr, sehr gute Rückmeldungen. Das heißt, es läuft eigentlich in allen Branchen gut. Ich möchte zwei herausnehmen, insbesondere der Handel, der Einzelhandel in Mittelfranken. Aber auch die IT-Unternehmen melden derzeit sehr gute Geschäfte. Schichtplanung per App oder datenbasierte Planung der Produktion? Die Digitalisierung setzt sich auch im Mittelstand immer mehr durch. Aber wie können kleine und mittlere Unternehmen ihre Mitarbeiter auf die teilweise tiefgreifenden Veränderungen vorbereiten? Antwort darauf gibt das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch. Es wurde 2012 von der Bundesregierung und der Bundesagentur für Arbeit gestartet. Seit kurzem unterstützt das Unternehmen auch dabei, ihre Mitarbeiter für die Digitalisierung fit zu machen. Firmen können sich auf der Website über die Fördermöglichkeiten informieren. Unsere Zahl des Monats hat diesmal mit der Langen Nacht der Wissenschaften zu tun. Bevor wir das Geheimnis aber lüften, erstmal alle Infos rund um das Event am 21. Oktober. Am kommenden Wochenende können Sie die Nacht zum Tag machen und aber jede Menge lernen und entdecken. Bei der Langen Nacht der Wissenschaften öffnen mehr als 350 Institutionen in Nürnberg, Fürth und Erlangen ihre Türen. Die Besucher können zwischen rund 1.000 Veranstaltungen wählen. Erwachsene zahlen an der Abendkasse einmalig 12 Euro und können dann bis 1 Uhr nachts auf wissenschaftliche Entdeckungstour gehen. Dazu passend unsere Zahl des Monats, die 1. Sie markiert eine Premiere, denn zum ersten Mal ist die IHK bei der Langen Nacht der Wissenschaften dabei. Was es am kommenden Samstag alles zu erleben gibt, das verrät uns David Jankowski. Wir sind als IHK Akademie Mittelfranken dieses Jahr das erste Mal bei der Langen Nacht der Wissenschaften dabei. Und das freut uns sehr, denn so können wir unsere Ausstellung Patente Franken, fränkische Patente, auch einem breiteren Publikum zugänglich machen. Denn neben bekannten Marken und Personen, wie zum Beispiel Adidas, Playmobil, gibt es nämlich auch ein paar Überraschungen zu entdecken. Also zum Beispiel zahlreiche Patente, Erfindungen, bei denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie in Franken gefunden wurden. Wie zum Beispiel der Vorläufer der Barbie-Puppe oder die Fahrrad-Rücktrittsbremse oder auch der Erfinder der Wiener Würstchen, das stammt auch aus Franken. Ja, also viel möchte ich nicht verraten. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich überraschen. Das war Wirtschaft aktuell. Neues von der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie dann wieder im November. Bis dahin, Servus und Ade.